Jey! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Jo, Leute, dann sind wir wieder. Mit einem neuen Video, yeah! Und die zwei Spacken haben wir schon wieder reingeredet. Alles klar, heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar spielen wir heute Dungeon Defenders 2. Finis. Alles klar, spiel du mit deinem Penis. Ich spiel jedenfalls Dungeon Defenders 2. Finis. Und ich sehe halt, Alter, wir haben ja sechs Eingänge zu verteidigen. Und wollte mich verarschen. Leck mich am Arsch, Alter. Bei von... Nee, das ist mit einem geilen, faltigen Dreck. Ja, jetzt hält doch mal deine Fresse, Alter. Wir zwei Legen genau nebeneinander, da kann ich mal einer gehen. Aber es hat halt die anderen liegen voll nebeneinander. Aber es sind die nicht nur auf zwei verschiedenen Ebenen? Ja, aber die gehen dann fast zusammen. Da schau da, da kommst du fast zusammen da unten. Da kannst... Wir müssen mehr Verteidigung noch aufschauen. Ich kenne mich hier auf dieser Map nicht aus. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen bin. Ja, ich bin gerade das erste Mal die Map. Wir spielen nämlich gerade die ganzen Quests durch. Die ganzen Maps, die Story Maps. Hau dir auf die Fresse. Bomben, egal. Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal unsere Verteidigung, bauen wir jetzt auf. So lange mache ich einen kleinen Cut und... Machen wir ein Speeding. Ja, genau. Dann machen wir ein Speeding. Dann machen wir ein Speeding. So, dann sehen wir jetzt... Und dahinter das Benehilf ihm. Alles klar, dahinter das Benehilf ihm. Sonst noch wünsche... Alles klar, dahinter du bist übrigens schon wieder zu einem Mikrofon. Ach ja, das ist glücklich mein Schatz. Viel Spaß. Gut, dann lass uns jetzt mal aufbauen. Musik 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 Müsste... Jetzt sagen, dass es jetzt wieder... Ja, würde ich gerade sagen, ja. Musik Und weiter geht's. Normale Geschwindigkeit ohne Benni Hilf ihm. Und wenn dann der Markus bereit ist... Ich bau euch noch nehui десяter. Das überlegst du jetzt? Ja, bau die jetzt noch nicht, Junge. Wir müssen dann... Ja, aber pass doch auf, wo die nächsten dann kommen. So, ich muss mich jetzt erst mal um diese Bomber hier kümmern. Erster Down. Kommt da noch einer. Läuft das Spiel nicht sonderlich flüssig gerade bei mir. Was soll das denn? Wie kann das nur sein? Ey, das ist vorher super gelaufen. Ja, du nimmst aber jetzt auch auf. Achso, nein. Während der Aufnahme, oder? Warte, Fakt, das sind schon welche, die nicht kommen, Mann. Ja. Jetzt ist es schon einmal beim zweiten Ding. Oh, da kommen die nächsten. Alter, wie es am Ruckeln ist, ey. Ich will es aber auch ein bisschen am Ruckeln. Also bei meiner Doppel-Lane haben wir ein kitzige kleines Problem. Weil... Und jetzt alles super? Der eine Flamethrower schießt nur auf die linke Seite. Also größtenteils. Zegel, bei dir auch eine Erlähne wird durch... durchlaufen. Nö! Einer von der Doppel-Lane gehen alle zur Mitte. Zegel, ich sehe es. Hey, wo sind die denn? Da unten. Alter, wie kommen denn die... die Däne her? Was habe ich jetzt gemacht? Loy. Okay. Alles klar. Da kommen die Nächsten. Die Lane ist nicht gut genug geschützt. Ja, dann müssen wir mehr Blockaden machen. Ja. Verpisst ihr hier zu kleiner Schwanzlecke? Okay, das mit dem Geruckel regt mich gerade auf. Ich muss gleich mal Grafiken unterstellen. So. Okay. Wirst du noch was eigentlich haben, oder? Ja. Ja. Aber wir müssen jetzt unbedingt das verbessern. Ja, in der mittleren Lane. Oder welche das war. Mal. 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 Musik Na dann los! Also machen wir schon, ja. Und weiter geht's. Ich hoffe, dass das Ruckeln besser ist. Okay, es geht. Oh, das sind die Explosionsteile. Nee. Was, nimm ich? Alter. Nee, nee. Ich konnte nur den einen Explosionstück nicht aufhalten. So. Bei mir ist alles clear. Bei mir, der hat es uns auch wirklich. Also dieses Geruckel tut mir echt leid. Aber ich kann gerade irgendwie nichts dagegen machen. Auf zur Ballista. Wie, ich bin bei der Ballista. Weil bei mir nichts mehr war. Okay, ich muss wieder weg. Der David ist zu klein ergangen. Ich mach die Ballista. Ja, der David ist zu klein ergangen. Weil bei dir dann nur fliehen. Jetzt ist bei David dann auch viel. Ach, nimm. Lol. Nimm Moment, wo sind die? Da sind die. Schwer. Okay. Bitte, bitte, bitte. Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen gar nicht. Klar, klar. Ja, ich muss kurz. Gleich ist bei mir alles weg. Moment. So, da ist noch irgendwo einer. Wo ist der? Ja. So, ich komme. Das ist klar, da ist alles weg. Ja, jetzt hört sich sehr wenig. Alles klar. So, haben wir alles? Ich glaube schon. Alles klar. Easy peasy. Lemon squeezy. Ja, so easy peasy. Also bei mir ist fast alles. Ja? Ja. Da bin ich bei mir so gelaufen. Aber wieso bist du weggegangen? Wer? Du? Darum. Weil ich es für sinnvoll erachtet habe. Ach. Na dann. Werde ich dich nicht weiter anzweifeln. Ist ja schon eine Unverschämte, dass du es überhaupt getan hast. Dann fragt nächstes mal wenigstens, wer Hilfe braucht. Und geh dann dorthin. Äh, ich bin auf eine Lane gegangen, wo niemand war. Ja, aber die Lane hätte es auch monatlich geschafft. Ach, hätte, hätte. Fahrrad hätte. Ja. So, let's go in the dritte Lane. Äh, da hat's schon eine Runde. So. Aber bisher geht's ja noch. Aber wartet er nicht. Irgendwo müssten ja gleich noch Explosion-Teile kommen, oder? Warte mal. Das hört sich grad ein bisschen an wie Harry Potter Musik. Ja. Ich schau mal eben auf die andere Seite. Alles klar. Also die Lane, wo alle drei Tower sind, oder alle vier und bei Lister, wo alle vier verschiedenen, fünf verschiedenen Tower sind, die tut, tut mir nix. Äh, kommt nix weiter. Hift, Slow, Feuer, und noch normal. Das mit dem, äh, dem Bad? Nein, nein, ist alles okay. Okay. So, David, bei dir sind die Letzten, glaub ich. Ja. Komm ich mal zu dir. Passt an. Alter, ist hier alles kaputt. Hm. Na, das war's, oder? Ja. Also meine zwei waren ziemlich easy. Für mich ging's auch super. Level up. Dann da ist alles schon leuchtend. Ja, ist ziemlich am Arsch, alles. Ja, ich bin jetzt, ich schieße schneller meine Ballistas. Ja, schön. Voll ist das. Ja, dann. Zieh's an und fertig. So, vorletzte, äh, äh, Dingspunst, wie heißt's? Wave, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus bei mir. Hä? Hä? Für Luna ist das nicht funktioniert. Ich hab die falsche Taste gerückt. Das sieht nicht bieg aus, da oben. Ja. Du sagst, ich hab' ne Hilfe gebraucht. Ne, ne, ich brauch' keine Hilfe. Für mich ist der andere, der Start war links unten, die ist weg. Die habe ich. Jetzt muss ich nur von der Blister helfen. Ne, du kommst da nicht durch, du fetti. Fetti, mach' fett, fett. Ich zeige, eine Spike-Blockade wurde zerstört. Welche? Hä? Hä? Hör mir's euch! Hör mir an! So, scheiße. So, ups. Der zeckelt irgendwie dann. Ich hab' mich geopfert. Irgendeine Spike-Blockade geht's nicht mich flirten, aber ich weiß nicht welchen. Äh, äh, äh. Also, bei mir ist es, glaub' ich, nicht. Hoffe ich. Der Salon-Kerz, ich muss immer nicht. Äh, oben, oben rechts, da ist niemand. Hä? Äh, äh, Mitte, mein' ich. Mitte rechts, da, wo Markus jetzt, wo Markus jetzt gestorben ist. Was ist denn das für eine Kacke? Da ist einer, der steht hinter der, hinter der... Ja, meine Ballister, ja, die, die hinter der Wolke steht, ich werde nur von der Ballister angreifen, aber die Ballister konzentriert sich eben auf die anderen gehen. Der lebt noch. Okay. Alles klar. Jetzt muss ich dann ein paar Sachen neu bauen. Hier ist ein Ohr, der field. Dark Mage, alles klar. Und verflucht auf, der verflucht auf die Shit. Die Tower. Das ist lustig. Ja, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Okay, gut. Ähm, mach ich einmal nicht die Atomstecken, wenn wir deswegen verlieren, ich sag's halt. Die linke Doppel-Lane, da kommen die Dinos. Ja. So, jetzt hier mal Endboss und Sohn, oh, der leckt das mal zu tun. Oh, fuck, was? Willen wir den Bücken oder was? Nein, nein, jetzt geht das wieder, einigermaßen. Okay, dann enden wir aber ganz schön viel Schaden. Ja, ich geh, du musst es sehen, ich geh zu meinem Leben vorbei, weil... So, der Boss ist ein Lappen, deshalb machen wir den jetzt mal eben fertig. Hauptrecht, oh mein Gott. Der ist gleich down, ja, keine Chance. Musst du die ganze Zeit labern, Junge, wir müssen uns hier konzentrieren. Ich muss labern, ja. Du meinst, ca. Ich kann mal geben. So muss ich jetzt irgendwo hinkommen, der Boss ist sauerk. Ja, dann gehen wir auf die linke Doppel-Lane. Da ist niemand, da kommt nämlich Dinos. Wir sind die shared友 Super. interessiert durch die Erträ Kurchen zu tun, oder? Das ist nicht so. So, wir wollen. Ja, Boah, fuck, die Dinus machen uns fertig. Die machen auch die Blister sowas. Ach, die Dinus machen uns doch nicht fertig. Alter, hör auf, so scheiße, die ganze Zeit gechillt zu sein, Alter. Was hier da, was hier für Shit regnet. Aber ich will mich alle verarschen. Äh. Fuckdown. Wo sind die Drachen? Da oben sind die Drachen. Alter, Vater, ey. Nächster Drache down. Da ist auch noch einer. Aufdown. Alter, ich hab doch gehealt. Was ist mit dir? Wo braucht's Hilfe? Rechts oder links? Ich brauch keine. Ja, nimm zu. Ja, wir haben sechs Gegner noch. Das ist alles von... Ja, die hängen da irgendwie drin fest. Ja, dann lass das... Die kommen da unten nicht hoch. Alter. Ja, dann sag ich schon mal. Hammer, bleib doch noch. Diese. So, hör auf. Hä, die kommen da nicht raus. Ich komm da hin. Ich hab's rausgekommen. Kommt's, ja. Jetzt ist's toll einfach. Alles klar. yeah. So, herum ist es... Alle 52 Minuten Aufnahme. Das ganze Planer, das wird dann alles. Das mitzunehmen, also, nix zu bekommen. um aus einem Kuhlick ist der Kuhlick ist er Kuhlick ist wenn sie sich mit Nelde 4 10 ja ich habe meine dritte Part gelockt angelockt das ist das Freude ich auch bescheuert immer ich muss jetzt erst mal ein Sonnen er ist mal gut mir wenn wo der Boss ist es liegt nie auf jeden Fall der Bosch gestorben ist behe das ist nicht nur mega viel aber dass er so will ein leder Rücken wollen alter aber hier doch ja hier ist schon viel die Hälfte werden so viel doch gar nicht das hat so ein Punkt ist lebt die was so ok wo wir alle drei verschiedene Teile gestellt haben das ist auch stark so ich noch irgendwas übersehen ja massenweise ein Verworte Ende wird er kann ich auf Tier 4 machen kann sich eure Sachen auf die vier Wochen erklärt na ist also nachher du ich nur auf die vier Wochen eine solche von sich auf die 4 die unterliegenden unterliegenden Blumenberg muss oder es macht mehr und tun aber so am Anfang ist hier was durchkommen machen nur gut macht so das müsste ich mich alles haben ich glaube ich auch ja ja ich würde sagen das war es von ja ich weiß noch nicht ob ich das überhaupt hochladen weil sagt das jetzt ja ich sage das jetzt macht macht auf jeden fall ganz viel sinn dann nehme ich mir nämlich vor das doch hochzuladen weißt du ja ich muss mir erstmal anschauen ob es ob es nicht langweilig ist ja so ja also wenn ihr es seht dann ist es nicht langweilig hoffentlich mega scheiße noch am labern um das video noch länger in die länge zu zählt mach einfach in ja ich würde sagen das war's und wir sehen uns beim nächsten mal wieder alles klar